Also jeder Deutsche wird es mitbekommen haben, der einigermaßen sportinteressiert ist, die Silbermedaille an diesem Gerät geholt und wir sind gespannt, was er uns zeigt. Unter anderem auch dreimal Europameister an diesem Gerät gewonnen. Jetzt kommt hier den Dimitrenko von den Oberarmen Doppelsaldo in die Oberarme. Morissou aus dem Schwung den Doppelsaldo in die Oberarme. Felge, Felge mit Halberdrehung. Riesenfelge und auch hier werden wir nochmal ein Doppelsaldo auf die Oberarme setzen. Also ein dritter Doppelsaldo in dieser Übung. Ja, da muss er kämpfen. Doppelsaldo gewünscht als Abfall. Ja, falls sie trotzdem... Ja, Marcel kommt hier mit Rückenwind an. Ja, zumindest vor Konfus, wenn man das mal noch ein bisschen ausklammern, da hat das Arthur Gander Tournament gewonnen in... Wo ist das genau? Rolland. Ja, das ist ein Rolland. Weil du es haltet aus, ist, was hab Savi. keine weiße Rechte. Beide. Hmm. 가지고 Gefängnter Redress Rücken. Und ja, wo ist es nicht wieder verstecken. Weltsch.